Ah, das klingt gut. Achso, wo wir gerade beim Thema Klanggefechte waren, ne? Jo. Diese Woche, das noch schlecht aus als letzte. Ja, scheiß drauf, Adam ist auch nicht da, dann pff. Ich will nur die 1750 Toublons, der Rest ist mir egal. Das ist aber in der nächsten Liga, ne? Ja, ja, ist die nächste Liga. Ja, die hätte ich an sich auch gerne. Deswegen, ist ja nicht tragisch, weißt du, aber wir müssen uns nur, sagen wir, zwei Abende reinsetzen. Die Mai ist komplett, 15 Siege pro Abend und dann sind wir eh schon, haben wir eh schon alles. Ja. So, wo möchtest du lang? Ich bleib hier stehen, es gibt keine Wollzeiten. Nein, ich hab dein Yamato-Gefekt vorhin gesehen, das war der letzte Scheiß. Fick dich doch, was hätte ich machen sollen? Die einen haben sich hinter der Insel versteckt und ich war vorne in die Mitte gefahren. Das war ja alles okay. Ich bin, 13. Minute, war ich dann vorne, so wie sich's gehört dem 10er-Gefecht. Hast du ein 10er-Gefecht? Das enthalten hier, eh? Ja, da ist nix, da ist easy. Also hier habe ich ja das Concealment. Also ich kann nicht, mit der Yamato kann ich nicht mal eben zugehen, wenn ich möchte. Wie im Conqueror. Das war schon ganz gut. Ja, das war... Du hast dann irgendwann einmal aufgerollt und er war da reingedrückt und dann hast du das Fokus voll auf dich gelenkt und das war alles gut. Ja, das Problem war, ich konnte nicht hell sehen, dass der scheiß Kurfürst da wieder reindreht. Ich habe gedacht, er fährt weiter rechts raus. Und deswegen habe ich von dem so hart gefressen. Sonst hätte ich 230.000 Schaden locker gemacht. Ich habe es mir nachher nochmal angesehen. Ich hätte auch früher reinfahren können, hätte ich mich aber hinter diese Inseln drücken müssen, dass ich von der linken Seite aus nicht beschossen werden kann. Ja. Und da waren halt schon vier Schiffe. Deswegen, bei der genaue Kalt der Yamato habe ich mir gedacht, kann ich auch auf 18 Kilometer zuerst ein bisschen wirken. Na, mal schauen. Erstens wollte ich mich nicht von Adam und von Yassin vor dem Karten sparen lassen. Adam ist sowieso, der will dich immer vor dem Karten sparen, damit du das machst, was er sagt. Und wenn man dann zu nah dran ist, dann weißt du. Jetzt aber schon Torpidus schmeißen. Ja. Wenn ich dich nochmal sehe in der Bismarck mit einer französischen Tarnung, dann weißt du, wie mir meine ersten Torpidus gehören. Ja, ich bin auch. Zu rechts, zu rechts. Ich nicht, ich nicht. Oh, doppelkoncealmentiert jetzt. Nee, jetzt bin ich auf. Nur einfach koncealt. Die Scheiße, die schießt schon. Da, Molotow. Boah, auf was schießen denn die? Ich war noch nie offen und die hätten mich fast erwischt. Auf die York. Wie beschissen schießen denn die? Ja, da kann ich ja feuern. Dann ist ja alles aus. Oh, schöner Treffer. Oh, was machst du da? Was machst du da? Ja, ich muss, sorry, ich muss da auch ein bisschen, weil die Yorken hier, siehst du ja. Oh, eine Flint. Oh, eine Flint. Die hat Smoke, ne? Ja, ja. Oh, der muss ganz schnell weg. Die dreht jetzt. Die dreht jetzt. André! Nein, du willst mich doch verarschen. Warum drehst du? Du hast doch nach links gedreht vorher. Ja, du willst mich einfach umbringen. Du willst mich einfach umbringen. Die York ist schuld, beschieß die York hier neben uns. Verpisst dich, geh weg, die töten mich sonst. Die dreht ja schon. Guck mal, die schießen auf euch und mich treffen sie. Oh Gott, was ist das? Also, wenn es nicht schafft, das gegnerische Team zu erledigen, dann macht es das eigene Team. Irgendwer muss ja tun, ne? Irgendwer muss ja Schaden machen, ne? Mach die auf, mach die auf. Soll ich den auch wieder rein, Cerrado? Alter, das ist die Molotov, wo es gerade auf mich abgesehen hat, gell? Ne, das ist die Flint. Oh, so nervig wie das Drecksding. Da kommen Torpedos. Die Eisenhower drückt voll mit dich rein, ne? Das ist ja heute auch nicht so das Cleverste, ne? Oh, shit, da kommen Torpedos. Ich hab' mal in den Nebel Torpedos abgesetzt. 11.000. Schöner Treffer. Schöner Treffer. Noch mehr Torpedos. Ach du, in dem Spiel ist alles möglich. Ja, dann wollte sie einen Boost. Sie hat's probiert und jetzt muss sie abdrehen. Jetzt sieht sie da. Noch mehr Torpedos. Ja, da ist die Torpedos auch drin, oder was? Ja, zwei Zerstörer. Ja, ja. Boah, Jörg ist ja auch der letzte Vollidiot. Drei, meine Torpedos. Einer. Drei. Vier. Yeah. Vielen Dank. Die Töpets? Nein, die Hinchiyang. Ja, die Töpets drin im Nebel hat sie gefressen. Ja, ja. Aber wir beschießen die Hinchiyang. Au. Die Gneisenau. Die kann doch nix treffen. Normal. Boah, hat sie mir einen geschenkt. Jetzt gefällt mir der nächste hier vor die Linse. Ja, das ist was Kleines. Oh, der spookt. Voll nett ist der. Voll nett. Ja, nur wenn er nachher gleich wieder Torpedos kommt. Ja. Ja, das bringt doch eh nix. Die Töpets ist ja aufs... Ah, hart rein drehen. Da kommt die Flint. Die muss ich jetzt nicht beschießen. Wenn die Secondary schießt, gehst du nicht auf. Wenn du die Hauptmaterie schießt, dann gehst du auf. Im Smoke. Ja, das Secondary gehst du auch auf. Aber nicht so weit. Nein. Nicht so weit. Weil es ein kleineres Kaliber ist, oder? Sonst gehst du auf. Ne, es ist nur zwei Kilometer. Hast du Flächerle? Ja. Ja. Ah, nur ein Durchschlag auf die Flint. Wir sind schon voll die Chaos-Truppe. Oh oh. Ja, da ist noch die Fug-Buki hier vorne. Oh oh. Auch noch mehr Torpedos. Noch mal eins. Oh, Alter, der tat weh. Die Molotov wieder. Nicht da reinfahren, Nevi. Da dahinter ist Böses. Ah, zerstöre. Nicht flankieren, Nevi. Nein, die will ja echt noch durchfahren. Hinter meinen Torpedos hinterher, oder was? Die Benson. Oh Gott, die hat jetzt überlebt. Alles, fuck. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen durchdrücken, ne? Ja. Ja, Cerrado sollte ein bisschen abwarten. Nice. Die Gnevni geht auch raus. Die fährt da der Hiss-Yang-Yang und der Molotov in die Arme. Ich verstehe nicht, warum die da hinfährt. Wir hatten... Eichhörsen gesengt. Die Pedalein hat mich da beschossen, okay. Oh, Molotov. Halt still. Hm. Ää, Moment. Nicht schießen. Ah, jetzt vielleicht kanns ja nicht mehr treffen. Kannst schießen. Ah, geht daneben. Oder auch nicht, aber im Moment 1000, man will nicht. die flint die muss da jetzt weg die ist halt mega lästig aus ja deswegen ich renne schon wieder das gibt es doch nicht ich muss jetzt aufgehen und dann muss sie weg und johnny könnt sie ja auch machen theoretisch das problem ist ich hab nur drei schiffen angezählt ich hab Angst von den topelos ich würde ja da rechts reintorpen also zu deiner rechten da ist sie aber ich habe Angst dass wenn ich das mache dass er jemand hier mit reindürt da kommen wir stehen die trapedos links mal an der 8000er Stelle ah die brennt hat noch 6k ah da ist auch der zerstörer siehst du deswegen war da so lange smoke ah die gneiserne und die flint fahren zusammen hat er mir den torpedowärfer kaputt gemacht das war klar dass jetzt wieder brennen ach manne muss mir eben so ein bisschen wieder die insel verdrücken ja die wird hier in diese richtung fahren das kriegt die nicht er hat natürlich wieder gesmoked vergessen ja einfach abdrehen wenn du kannst ah ne ich bleibe hier hinter der insel erst mal heilen mich gleich wieder ein bisschen hoch aber die gneiserne muss weg das ist das einzige schiff wo sie aktiv schießen kann ja das das ich bin wir sind dran aber die fährt gerade so halb halb es ist schwierig weißt du mit dem ganzen scheiss rauch drauf da kriegst du keine infos mehr bravo motz ich bravo unbedingt motz motz ganz viele motz warte 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 nicht reinfahren ich bin zu ich bin zu ich bin zu ich bin offen aber ich gehe gleich zu fahr mal ein bisschen in die mitte wenn sie das nächste mal aufgeht ja ich warte gerade auf meine meine hinteren türme dann drehe ich quasi zu dir hoch und dann müsste es eigentlich ganz gut funktionieren aber ich habe nur torpedos auf der echten seite die molotov ist weg dann ah der zerstörer kommt aber nachher nicht wieder rum ok es ist noch da warte 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 wenn du nicht fährst ich kann hier torpedos reinschicken dann mach ich drehe und einfach hoch zu dir die molotov ist raus da schießt sie ja schon warte ich hab ne idee torpedos sind unterwegs ok offen warte ich ja ich auch ah das ist die sing sing schon oh die friss jetzt 1.600 das gibt es doch nicht ich habe auch nur einen durchschlag aber pass auf wie gesagt ein torpedos links und rechts auf den zerstörer habe ich getorpt dann schauen wir hoffentlich kommen sie gleichzeitig an ah fuck die flint habe ich echt beschießen da ist sie die streuung ist gerade mega arschig da ist sie gut die flint hat die torpedos versemmelt ich habe leider umgeschalten auf aber ich schieße da weiter rein ja torpedos von der zian yang oder wie das ding heisst auch weg jawohl die ist raus ach shit die ist ganz zurückgefahren das luder da ist sie die töte es sehr gut oh deine afk in north carolina oder was ne sie fährt noch sie fährt noch da muss ich noch ne cita drum absetzen finger weg möchte hunderttausend schaden meins ich hab's markiert nein ich hab's beansprucht so geht das falsch gesagt das zählt nicht ja es brennt es brennt ne ich hab's schon wieder als an ihn geschossen nein ein abkaller ach jetzt hätte ich auch noch die sekunde warten können ich Idiot nein die schießt auf mich geh weg jetzt brennt sie schon nicht mehr heil dich hoch ja sie heilt sich noch 14k brauche ich und sie schießt mit high das ist ok das ist ok mein franz ich gebe dir einmal du gibst mir einmal dann sind wir quitt komm schon ich will mich so einfach schießen auf das ding doch was ab oh 2000 oh jetzt snack ich dich hier gleich weg ruhig ruhig nein 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 da fahr ich nicht mehr das war gut es war volles chaos das wir da gefahren sind was ihr wisst was das haben wir richtig gut gemacht oh mein gott links rechts ramen jörg torpedos ja gut am anfang fahrg da Vielen Dank.